Ja, wir haben sehr kurzfristig noch unsere Containeranlage erweitert und vier Container oben und das lief wirklich reibungslos. Innerhalb kürzester Zeit standen sie da und waren montiert. Mit Clickrent und Georg Klause zusammenzuarbeiten ist sehr angenehm. Er ruft immer wieder an, er fragt, ob es irgendwelche Sachen gibt, die er für uns regeln kann. Das Besondere an der Zusammenarbeit mit Georg und Clickrent ist, dass sie sehr flexibel sind, zuverlässig und termingetreu. Das ist für uns sehr wichtig auf der Baustelle, damit wir auch unsere Termine halten können.